Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne. Mein Kollege Jörg Henke hat schon darauf hingewiesen, dass es heute, auch wenn Herr Fiedler jetzt gerade eben anderes behauptet hat, vielleicht doch kein Konsens mehr ist des Hohen Hauses, alle Formen des Extremismus, also des politischen Extremismus und des religiösen Extremismus wirklich von Grund herauf abzulehnen. Wir bedauern das, das hat mein Kollege Henke auch schon festgestellt, außerordentlich. Ich will im Folgenden einige Fälle beschreiben, die leider Teil des Hohen Hauses sind, nämlich Mitgliedschaften gerade der Abgeordneten der Fraktion der Linken in extremistischen, also linksextremen Vereinigungen. Und für mich ist eine Mitgliedschaft etwas anderes als ein Gespräch mit jemandem, der vielleicht extreme und radikale Gedanken mit sich bringt. Für mich ist eine Mitgliedschaft eben auch etwas, was oft als nachhaltig beschrieben werden könnte, eine nachhaltige Zustimmung zu einer Einstellung beziehungsweise zu den Zielen einer entsprechenden Vereinigung, der man ja durch seine Mitgliedschaft dann auch anzeigt, dass man dazugehören will. Also wir haben hier schon sicherlich einen besonderen Befund vorliegen. Wir finden das auch außergewöhnlich und bedenklich, was jetzt im Folgenden hier auszuführen sein wird. Wie gesagt, die Beispiele sind leider unter uns Abgeordneten. Wir brauchen uns da nur den Herrn Kollegen Schaft anzusehen. Er ist seines Zeichens stolzes Mitglied der Roten Hilfe e.V., einer Organisation, die laut Bundesverfassungs... Ich weiß nicht, ob das zu Jubelstürmen hier jetzt Anlass bieten sollte. Und ich bitte den Innenminister des Landes Thüringen jetzt zuzuhören, bitte, weil das, was hier an Informationen geliefert wird, sicherlich auch interessant ist für die Gespräche innerhalb der Regierungskoalition. Also diese Rote Hilfe wird seit 2015 vom Bundesverfassungsschutzbericht erwähnt, und zwar als eine Organisation, die Straf- und Gewalttätern aus dem linksextremistischen Spektrum politische und finanzielle Unterstützung beispielsweise bei anfallenden Anwalts- und Prozesskosten sowie bei Geldstrafen und Geldbußen angedeihen lässt und Institutionen der Demokratie, insbesondere Sicherheitsbehörden, als Repressionsapparat diskreditiert. Und darüber hinaus wird vom Bundesverfassungsschutz die Rote Hilfe als Vereinigung beschrieben, die linksextremistische Gewalttäter ermuntert. Ich zitiere, grundsätzlich die Zusammenarbeit mit Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden hinsichtlich der Aufklärung von Straftaten zu verweigern und logischerweise damit unter Umständen auch zur Strafvereidlung beiträgt. Und auf Strafvereidlung, da steht laut Strafgesetzbuch eine Haftstrafe bis fünf Jahren. Es ist unerhört, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, dass eine Fraktionsvorsitzende des Hohen Hauses, die jetzt leider gerade nicht da ist, Werbung an ihrem Wahlkreisbüro für eben diese Institution namens Rote Hilfe macht. Andere wie Frau König, die bemerkenswörterweise jetzt gerade hier ist und ihr Vater. Herr Höcke, ich möchte auch Sie bitten, dass wir vielleicht weniger über Mitglieder des Hauses reden, als mehr über die allgemeinen Phänomene des Extremismus. Naja, also ich muss aber trotzdem darauf hinweisen, Herr Präsident, dass wir natürlich Mitglieder des Hohen Hauses haben, die in extremistischen Vereinigungen Mitglied sind. Ich finde das schon berichtenswert und auch wissenswert für das Hohe Haus. Frau König hat sich in letzter Zeit immer wieder damit hervorgetan, dass sie die Polizeieinsätze bei Tygida-Demos beziehungsweise bei den Gegendemonstrationen, die dann auch zu entsprechenden Unruhen geführt haben, kritisiert hat. Und zwar hat sie kritisiert, dass die Polizei ihren Dienst nicht richtig und ordentlich versehen hätte. Das ist in unseren Augen eine infame Unterstellung. Und wenn es jemanden gibt, der diesen Vergleich wirklich verdient, dann sind es diejenigen, die ihn aufstellen, aber niemals unsere vollständig überarbeiteten Polizisten, die noch alles in ihren Kräften tun, um die Versammlungsfreiheit und die Ordnung in diesem Staat aufrechtzuerhalten. Ja, die Steigerung ist auch noch möglich. Frau Dr. Scheringer-Wright, die jetzt auch gerade nicht im Haus ist, ist Mitglied der im Bundes- und Landesverfassungsschutzbericht erwähnten kommunistischen Plattform und ebenso wie Herr Schaft, Mitglied im Bundesvorstand der Linken. Und diese kommunistische Plattform, die auch in Thüringen aktiv wird, wird vom Bundesverfassungsamt, wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz übrigens als, ich zitiere, Mitgliederstärkste offen extremistischer Zusammenschluss in der Partei Die Linke bezeichnet. Zitat Ende. Und da muss ich doch mal fragen, wenn man sich zu so einer Organisation bekennt, in ihr sogar Mitglied ist, die ja augenscheinlich das Endziel hat, eine kommunistische Herrschaft zu errichten, dann frage ich Sie natürlich, ist Ihnen bewusst, dass der Kommunismus weltweit mindestens 94 Millionen Menschenleben gefordert hat oder ist Ihnen das vielleicht einfach egal? Und es war Herr Dittes, und auch das möchte ich beklagen, Herr Dittes, es war Herr Dittes, der meinte, dass die kommunistische Plattform sich konstruktiv und aktiv in die Gestaltung unseres Wahlprogramms, also das Wahlprogramm der Linken, meinte er, eingebracht hat, dass jetzt die Partei einmütig vertreten würde. Und da kann man mit anderen Worten sicherlich auch nicht zu weit hergeholt sagen, Die Linke vertritt das Programm der kommunistischen Plattform und dann ist es wohl mit dem Aufbau des Sozialismus in einem Land nicht mehr so weit her. Und wohin die Landesregierung will, das hat einer der tragenden Säulen dieser Landesregierung auch schon mal zum Besten gegeben. Ich meine, Herr Prof. Dr. Hoff, er hat in einem Interview direkt nach dem Regierungsantritt von Rot-Rot-Grün klar benannt, ich zitiere den Minister, Wir setzen auf eine allmähliche Transformation, auf eine schrittweise Veränderung der Gesellschaft. Wenn Sie so wollen, das Revolutionäre wird man erst in der Rückschau erkennen. Zitat Ende. Und einige Wochen später ließ sich Hoff mit den Worten zitieren, das so wörtlich, der Weg zur Revolution. Meine sehr verehrten Kollegen Abgeordneten, ich spreche jetzt gerade von einem Minister, einem Minister, der mehrfach, mehrfach eigentlich als Diener der parlamentarischen Demokratie das Wort Revolution in den Mund genommen hat. Das ist für mich nicht normal, tut mir leid. Das ist für mich nicht normal. Und er sagte, der Weg zur Revolution ist mit Rechtsverordnungen gepflastert. Zitat Ende. Antitotalitärer Konsens, Fehlanzeige. Stattdessen Revolution auf dem Dienstweg aus dem warmen Bürosessel der Staatskanzlei. Und auch beim Islamismus fehlt leider der antitotalitäre Konsens. Hier ist die Landesregierung leider Meister im Verharmlosen und Wegducken. Für den Verfassungsschutz werden ganz offensichtlich, das wissen Sie, Herr Innenminister, Dr. Pockenheger, nicht genügend personelle und materielle Ressourcen bereitgestellt, um etwa konkrete Erkenntnisse über islamistische oder gar jihadistische Propaganda beziehungsweise Rekrutierungsbemühungen unter Flüchtlingen zu gewinnen. Und dabei warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz ausdrücklich davor, dass Salafisten verstärkt unter eben diesen Flüchtlingen rekrutieren und dass diese Bestrebungen auch in Zukunft andauern werden. Doch die Landesregierung in Thüringen weiß nicht nur nicht, ob Salafisten unter den Asylbewerbern sind. Sie weiß auch nicht, wie viele Islamisten aus Thüringen nach Syrien, in den Irak und in andere Konfliktherde ausreisen und natürlich genauso wenig, wie viele der Ausgereisten dann wieder zurückkehren. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, Ideologen sind ja bekanntlich scharfe Denker, die sich nicht durch Tatsachen beirren lassen. Im Interesse Thürings fordere ich Sie dennoch auf – diese Forderung geht natürlich an die Landesregierung als diejenige, die Handlungsmöglichkeiten hat – die Realität nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern zu handeln. Erstens durch Vereinsverbote. Die bereits erwähnte Rote Hilfe wäre in unseren Augen dafür geradezu prädestiniert. Zweitens durch die Sperrung von Netzseiten. Drittens durch die bessere und immer wieder angemahnte und so dringend notwendige bessere personelle und materielle Ausrüstung und Ausstattung für unsere Polizisten. Viertens durch Unterbindung jeglicher salafistischer Kontaktversuche in Asylbewerberunterkünften. Und fünftens und letztens durch Präventionsprojekte an Schulen, in Gefängnissen und überall dort, wo Radikalisierungsgefährdungen zu vermuten sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.